Und damit sind wir zurück bei Mafia. Ich muss hier vor den Leuten fliehen, die wollen mich einfach verkloppen. Das ist einfach kacke. Schau mal, rüber da, rüber da. Oh, schon wieder gefahren. Schaffen wir das? Lauf, 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 lauf. Stopp. Hau ein, ich hab die besten Phase. Ich habe nichts gesehen. Hallo, was, du hast nichts gesehen. Ruf die Polizei, ich werd beschossen. Ich werd beschossen, lauf. Mach dich hinter der Gasse. Danke. Ich warte hier nicht, ich bin hier weg. Los, hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Oh, Junge, so hängen wir die ab. So hängen wir die ab. So war, so war, so war. Über das, über das Geländer da. Oder Gerüst oder was immer das hier sein soll. Hopp, hopp. Zack. Immer da. Oh. Meine Freunde. Alles gut, Junge. Hier steht er gerade wichtig. Dino, Lou. Wollt ihr was von Don? Nee. Wir wollen nur mit dem Taxifahrer sprechen, sonst nichts. Ach, wirklich? Ja. Das ist der Lieblingsfahrer von Don. Alles, was ihr ihm sagen wollt, könnt ihr auch mir sagen. Ach ja, dann... Hör mal gut zu. Wir gehen nicht mit leeren Händen. Das steht fest. Tiana, dann geht ihr vielleicht gar nicht mehr. Ich glaub, wir werden uns eigentlich so bald. Wir sehen uns, Jungs. Gehen wir durch. Und so rutscht man dann rein, ne? Und so rutscht man dann rein, ne? So. Auf der Flucht abgeschlossen. Sauber. Molotov-Fete. Oh, das wird hier schon interessant. Wie heißt du, mein Junge? Thomas. Thomas Angelo, Sir. Frank meinte, du hättest Ärger gehabt. Ja, Sir. Mein Taxi wurde ziemlich demoliert. Morellos Schläger waren hinter ihm her, weil Tommy uns geholfen hat. Dieses Taxi. Du lebst davon. Ja, Sir. Ich fühle mich hier verantwortlich. Also geb ich dir ein kleines Darlehen, damit du dieses Taxi reparieren kannst. Das ist sehr freundlich, Sir, aber ich möchte keine Almosen. Was willst du dann hier? Ich will die Bastarde, die mein Taxi kaputtgehauen haben. Ha! Ha! Hast du gehört, Frank? Er will meine Erlaubnis, um sich zu prügeln. Ja, hab's gehört. Okay, Tommy Angelo. Morellos Gorillas treffen sich immer in seiner Bar. Pauli, du kennst sie. Sicher, Boss. Gut. Dann gehst du mit, Tommy. Sie parken auf diesem Platz neben der Bar. Zerbollt ein paar Blechkisten. Schickt Morello eine Nachricht. Er kann keine ehrlichen Arbeiter in meinem Viertel angehen und ungeschoren davon kommen. Danke, Mr. Salieri. Ich enttäusche Sie nicht. Hm. Und so fängt alles an, ne? Und Tommy? Hm? Wenn du zurück bist, sprechen wir über deine Zukunft. Hier kennt dich sonst keiner. Also vorsichtig, okay? Klar. Ist der Boss schon fertig? Sie sich ein bisschen in der Bar um. Okay. Will wer jetzt spielen? Wer ist denn neuer? Taxifahrer. Wir tun ihm einen Gefallen. Wird er den Boss fahren? Nee, so schnell verlierst du deinen Job nicht. Ich hasse dieses Warten. Stinklangweilig. Wenn der Boss sagt, du bist noch nicht bereit fürs Abkassieren. Was soll man machen? Pauli mag dich. Ich weiß nicht, was er für ein Problem hat. Aber das heißt nicht, dass ich oder sonst irgendjemand dich mag. Du solltest nicht mich fragen, Carlo. Von mir bekommst du keine gute Antwort. Hast du ein Problem? Ja, dich, Kollege. Aber alles zu seiner Zeit, ja? Warte mal, wir schauen mal eben noch hier so ein bisschen in der Bar. Aber was ist hier denn? Zeitung lesen oder was ist das? Notiz lesen. Also die Prohibition bleibt. Herstellung und Verkauf von Alkohol bleibt illegal. In einer Rede vor versammelter Presse hat Präsident Herbert Hoover heute bekräftigt, dass das edle Experiment Prohibition bestehen bleibt. Als Reaktion auf Kritik der Demokraten hat Hoover außerdem den Prohibitionsamt mehr Mittel versprochen, um Wucher und Schmuggel zu unterbinden. Oh, die trinken hier einfach. Guck mal, so eine richtig geile alte Tiki hier. Sieht sehr geil aus hier. So. Jedenfalls muss ich jetzt los. Okay, komm hier durch. Ich bring dich zuerst zu Benny. Er ist ein Großmaul, aber Frank und der Don kennen ihn schon ewig. Was macht er? Wer kommt zu ihm, wenn wir etwas gröberes vorhaben. Er sorgt dafür, dass wir ausgerüstet sind, wenn es Probleme gibt. Und wir sind dankbar für seine Kohle. Müssen los, haben eine lange Fahrt nach Norden vor uns. Da unten wird, glaube ich, auch geschmuggelt und so. Eine Lüste. Eine Lüste. Eine Lüste. Eine Lüste. Boah. Wenn der Schläger nicht das Richtige ist, sind hier ein paar Cocktails. Ei, ei, ei. Vorsicht damit. Nicht die Nasenhaare versenken. Schön, dich kennenzulernen, Tom. Gib mir Bescheid, wenn Pauli dir das Leben schwer macht. Ich kümmere mich um ihn. Nein, er ist in der Garage. Er ist sowas wie ein Idiot, aber er kann mit Autos umgehen. Keine Ahnung, wie dieser Schwachkopf Motoren zum Schnurren bringt, aber bei der Sache ist er ein Zauberer. Diese Autos. Hey, Schwerberger! Zieh dein Köpfchen aus dem Arsch. Was zur Hölle, Pauli? Du kannst dich nicht einfach so anschleichen. Tut mir leid, Ralphie. Wollte dich nur aufziehen. Du humpelst ja noch. Jetzt arbeiten zwei Krüppel hier. Wir haben nichts gemeinsam. Kapiert, Ralph. Sicher, Pauli. Tommy. Tommy Angelo. F-f-f-freut mich. Wie gesagt, Ralphie ist nicht ganz dicht. Aber gib ihm ein geklautes Auto und er macht's zu deinem. Tom und ich haben einen Job und brauchen eine Karre. Hier, Pauli. Er ist kein Hot Rod, aber bring die durch die Stadt. Okay, los geht's. Hm. Du fährst. Und hör endlich auf, hier rum zu faulenzen. Irgendwann schleif ich den Brechkabel durch, Arschloch. Ich hab' keine Ahnung, warum Ralph uns diese Kiste gegeben hat. Da will ich dir das gute Leben zeigen und du musst eine Karre fahren, die meine Mutter vor 20 Jahren gekauft hätte. So wie ich Ralph kenne, hat er sie aus ihrer Garage geklaut. Das Auto ist in Ordnung. Mal was anderes als ein Taxi. Du musst nicht höflich sein. Das Ding ist ne Dreckschleuder. Also, war das hinten im Laster Whisky? Ja, neuer Lieferant. Ihr macht das am helllichten Tag? Normalerweise nicht. Aber das war ihre erste Lieferung. Und die Bullen sind nicht so blöd, in unserer Gegend herumzuschnüffeln. Morello, der Kerl, dessen Autos du abfackeln wirst, hat mehr Freunde bei der Polizei als wir. Aber solange wir vorsichtig sind, ist alles in Ordnung. Pass gut auf. Der kanadische Whisky, der hier ankommt. Sag einfach, wenn du ne Flasche willst. Wir behalten immer was für Freunde. Ah, ich bin kein großer Trinker. Früher hab' ich mir gepanschten Gin reingeschüttet. Aber das Zeug ist gefährlich. Über uns kriegst du jetzt den guten Stoff. Davon wirst du sicher nicht blind. Das ist sehr nett. Danke. Es ist nicht nur unser Fuselton, sondern auch wohin wir ihn liefern. Die Frauen in diesen Läden. Beste Tische, bestes Essen, beste Bräute. Das ist das Leben. Im Moment will ich nur den Schweinen den Tag versauen, die mir meinen versaut haben. Klar, klar. Außerdem könnte all das Ärger bedeuten. Ärger, sagt gerade der Kerl, der Morellos Parkplatz abfackeln wird. Du hältst mir doch den Rücken frei. Kein Problem. Falls es schief läuft, lass sie lieber nicht dein Gesicht sehen. Oder du verprügelst sie so hart, dass sie es vergessen. Ich denke, wir verklappen sie lieber. Ich ziehe doch diese Karre rein. Ist sie nicht cool? Auch die Hufe hier. Und diese Reifen. Er kommt auch nicht aus dem Pettel, der Wagen. Wir sind jetzt in Morellos Revier. Wo läuft da so eine Linie zwischen seinen und Salieris Straßen? Nein, das verschiebt sich immer ein bisschen. Aber generell kümmern wir uns um Little Italy und seine Jungs um North Park. Und noch ein bisschen mehr. Wenn du auf dem falschen Gehsteig im falschen Teil der Stadt bist, spürst du richtig, dass du lieber woanders sein solltest. Du spürst es lange, bevor sie an den Straßenecken auftauchen, um dich mit ihren Blicken zu töten. Da links läuft die Politistin. Die sieht man immer ganz toll auf der Karte, finde ich. So. Okay, wir sind fast da. Ich pack natürlich so, dass ich nachher direkt wieder losfahren kann mit meinem Porsche. So. Aussteigen, wa? Morellos Schläger rauchen und plaudern vorne und bewachen die Karren nicht. Was sehr faule Hunde. Irgendein Gorilla schiebt immer Wache. Ist gewöhnlich nur ein kleines Licht. Komm schon, hier drüben. Reinschleichen und abfackeln. Sende eine Botschaft. Klar. Warum kommst du mit? Ich. Falls die Kugeln fliegen. Die werden fliegen, Junge. Ich und reinschleichen. Das ist... World War II bricht aus. Das sag ich euch jetzt schon. Okay. Wir schleichen uns an. Du kannst doch leise sein, oder? Ja, genau so. Tja. Er hat halt seine Leute. Da kommst du noch hin. Wenn uns niemand sieht, kann uns niemand abknallen. Das stimmt. Ja, was ist Pauli? Über das Tor und auf ihr Dach. Ich lenke den Typen ab, während du dich von hinten an ihn heranschleichst. Okay. Fürs Ablenken habe ich ein besonderes Talent. Hier gehe ich auf Stark? Okay. Da waren welche, die habe ich gar nicht gesehen. Ich sag ja, World War II ist bei mir... Schleichen ist bei mir immer World War II. Was heißt, was tue ich da? Ich meine, was ich sage. Was zur Hölle machst du hier hinten? Wer wirst du? Ich bin der Typ, der wissen will, warum du hier rumstehst. Dino hat mich beauftragt. Dino? Zayeris Jungs wollen in der ganzen Stadt Morello eins verpassen. Und Dino lässt dich auf Autos auf Nau so. Gut gemacht. Oh, Ruhe, Junge. Perfekt. Kann ich die Keule nehmen? Hm. Also, weiter zu diesen Autos. Schläger hoch und schön durchziehen! Gut! Die Kiste fällt niemand mehr. Ah, verdammt! Hey, weg von dem Wagen! Was? Schmautz? Äh, ist die mit ihr! Wir sind sterben! Ich habe was für den... Was denn? Na, jetzt! Au, Nase gebrochen! Schnell! Den gibt es noch mehr! Heiz ihn mit dem Molotow richtig ein! Äh... Nicht gut gezählt! wen denn jetzt achten wagen scheiß jetzt habe ich keine molotovs cocktails mehr scheiß kaputt ne jetzt noch die karre und dann wir nehmen dinos auto woher weißt du dass das auto ist was ich wo du es abstellst schlag das fenster ein dann klauen wir es erst mal nehme ich mir hier ein bisschen energie so die auto stehen so haben wir es ja schon gemacht wir müssen verschwinden bevor die bohlen auftauchen ihr schweine da sind wollen aber aber wir fahren sehr schnell und werden sie dadurch los klingt gut sie sind zwar sauer aber machen wir sie nicht richtig sauer jetzt waren wir einfach okay wir sind sie los bleibt unsichtbar bis sie abdrehen so haben wir die nächste wieder links und wir müssen auch die brücke drauf wir wollen nicht auffallen die luft ist rein zurück mit uns zum boss dachte salieri hatte kaufs auf der gehalt schweizliste ein paar streifen wollen schon aber morello hat den polizeichef also hat sich gut angefühlt was angefühlt den kerl auszuschalten dinos auto zu klauen war es gut schätze ich mal nichts geht übers erste mal es gibt nichts besseres ist das was für dich dieses leben was ich hab dich das ich frage doch mit einer gülle punkt ist er gerne fragen ich glaube nicht dass du uns jeden tag nur autos auf parkplätzen knackt alles viel zu tun mal weniger mir war kein so sanfter start vergönnt wie dir du durftest nie dinos kumpel verprügeln und sein auto klauen nee aber hoffenweise andere autos klauen und als ich von den bullen erwischt wurde habe ich mein maul gehalten und eines tages habe ich mich hinter der bar mit vincenzo plaudernd wiedergefunden zehn jahre später bin ich immer noch da aber jetzt habe ich einen anzug und wenn ihr sollt ich dachte immer um in der familie zu sein braucht man verbindungen vorsichtig wir wollen nicht auffallen ein bruder oder onkel oder bei manchen ist das so klar ihr kusern wurde aufgenommen oder wie karl oder den don schon ewig kennt dadurch kriegt man anfangs gleich mehr vertrauen geschenkt aber viele von uns kommen von der straße ich sage wir stellen dich dem boss vor dann geben wir eine runde aus ich habe noch nichts vor also klar hast du nichts vor wir füllen wenn ihr sowas von besser auf wo du hinfährst hör auf zu meckern hier ist doch keiner mal nichts vor wir füllen wenn ihr sowas von ab dass luigi ihn durch die tür raus wollen muss klingt gut ich bin dabei klar wirst du das okay das heißt wir müssen jetzt mini abfüllen mini-winnis-wöschenkette wenn ihr mir mal die kommentare schreiben ob ihr wisst wie das nicht weiter geht ein werbe jingle mini-wöschens-kette und da kann er jetzt warte mal ich packe da natürlich ruhig wieder auf wer das gesehen das passt da ist wieder da ist wieder da ist wieder fachkompetenz am werk leute was ist mit dem auto passiert dass ich euch gegeben habe stehen gelassen warum war eine üble kiste die hier ist besser ein besseres auto mit einem kaputtem fenster frische luft hat noch nie geschadet der arme poli ach ist gar nicht poli wie heißt er nochmal poli ist ja der hier vorne ist also noch immer dabei irgendwie ja hey boss ist erledigt wir wollen überhaupt meine zukunft keine unlösbaren mr salieri gut tut's jetzt durch amore luther nein aber er wird ziemlich sauer sein wenn er hört was passiert ist der wird ein paar wochen lang nicht mehr klar denken können tja das ist der unterschied zwischen mir und morello ich bin geschäftsmann ich mach alles hiermit jede entscheidung die ich treffe ist gut für das geschäft und meine jungs aber morello ein hitzkopf und der ganze zorn schmort das gehirn wenn er wütend wird wird er dumm darüber braucht man sich bei tommy keine sorgen zu machen der war die ganze zeit klug boss das höre ich gerne mein geschäft wächst einen kerl wie dich könnten wir hier in der bar brauchen du könntest besorgung machen und achten dass rechnungen bezahlt werden wie wär das es wäre eine ehre gut gut also paulie und sam haben schon für dich gebürgt aber du musst noch ein paar regeln begreifen also hör zu hör gut zu erstens kein gefluche in meinem haus es gibt da draußen millionen wörter männer die sich auf scheiß drauf und verdammte scheiße beschränken sind ignorant oder faul zweitens wir verkaufen keine harten sachen ich will keine junkies in meinem viertel haben morello kann seine eigenen leute vergiften wenn er das möchte und ich will keinen ärger mit den cops wir haben ein paar in der tasche und wenn du zu weit gehst hast du den rest im nacken verstanden ja mr salieri dann bitte ich dich nur noch um eines tommy paulie und sam arbeiten hier nicht weil sie so stark sind da draußen gibt es größere und härtere kerle und frank hier bezahle ich nicht weil er so schlau ist obwohl zahlen wirklich sein ding sind alle jungs hier in diesem raum haben das was mir am allerwichtigsten überhaupt ist das einzige was uns allen wichtig sein sollte weißt du was das ist die loyalität sie sind loyal ganz genau bist du mir gegenüber loyal lebst du auf großem fuß tom aber missbrauchst du mein vertrauen tch don salieri wegen mir müssen sie sich nie sorgen machen also gut willkommen in der familie sehr gut jetzt habe ich hunger luigi essen wir willkommen unser barkeeper luigi kann nicht gut kochen aber seine tochter sarah bellissima bellissima das ist doch ein perfekter abschluss dieses kapitel die monotor fete habe ich nicht ganz geschafft ich glaube ich habe die zwei mollis irgendwo hingesetzt wo die gar nicht hin sollten naja wie dem auch sei wir haben das ab wir haben das abgeschlossen wir haben es geschafft wir haben den anderen mafiosi verärgert und ich habe meine rache gekriegt sehr schön leute wenn euch gefällt was ich hier tue lasst mir ein abo da aktiviert die glocke verpasst ihr kein video mehr und in diesem sinne wünsche ich euch einen schönen tag haut ihr rein ciao und tschüß aus Bis zum nächsten Mal.